Lehrkundpartner, Ihr Generalunternehmer von Winterthur. Jetzt mit über 20 aktuellen Wohnprojekten im Grossraum Zürich. Hätten Sie gerne eine Gartenwohnung mit viel Grün? Oder doch lieber eine Dachwohnung mit schöner Aussicht? Die beiden frisch renovierten Häuser an der Halterstrasse in Neile halten es eine wie das andere für Sie parat. An diesem sonnig-hellen Fleckchen Erde sind Sie umgeben von Wiesen, Wald und Bach. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Sportanlagen, den Bahnhof oder den See. Alles in nächster Nähe. Zurzeit sind es acht Mietwohnungen, die noch frei stehen. Alle sind mit modernstem Standard ausgekleidet und sind ab September 2016 bezugsbereit. Die Halterstrasse verspricht ein Zuhause, wo Sie viel Privatsphäre und Ruhe geniessen können. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.lerchpartner.ch-angebote. Wir schaffen Raum für Ihre persönliche Entfaltung. Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen die nächsten Mal.